Hallihallo Leute, willkommen mal wieder bei einer neuen Folge von On The Job. Ich bin mal wieder unterwegs im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental. Und wenn ihr mal nach vorne schaut, wir sind nämlich gerade in Berlin, nix los auf der Autobahn und wir fahren sogar auf der falschen Fahrbahn. Wie kann so etwas passieren? Häufigster Fehler ist das falsche Auffahren auf die Autobahn. Wir fahren hier gerade auf der A100 und der Grund, warum wir hier sind, ist nämlich, dass hier eine Brückensanierung stattfindet und die schauen wir uns heute mal an. Und vor allen Dingen, wie das Ganze hier abgesichert wird. Das machen die Kollegen der Zeppelin Verkehrssicherung. Ich treffe jetzt den Steffen, der ist für das Projekt hier zuständig. Wir werden viel erleben, ich weiß noch nicht was, aber es wird spannend. Ist schon mal etwas beworfen worden? Ja. Ohne Scheiße, wir haben dich mit Cola-Dosen beworfen. Richtig. Eingespieltes Team, da weiß jeder, was er zu tun hat. Hallo zusammen, darf ich mal stören? Wer von euch ist Steffen? Ich. Hi, André. Wo fängt die Sperrung jetzt an? Also anfangen tut die Sperrung Messedamm, also hinter dem Rathenauer Tunnel und geht jetzt praktisch über die Ruder für Sellbrücke raus und Jakob-Preiser-Platz fahren die Autos wieder zu. Okay. Also für die Berliner unter euch, ihr wisst jetzt Bescheid, für die anderen, wie lange ist das Stück, was jetzt gesperrt ist? Ungefähr fünf Kilometer, würde ich sagen. Warum sperrt ihr jetzt fünf Kilometer Autobahn wegen dieser Brücke nur? Das ist vorbereitende Sperrung. Ist ja dreispurig am Anfang, muss auf zwei Spuren verschwenkt werden und die Verschwenkung muss dann praktisch, die linke Spur muss erstmal rausgenommen werden. Dann wird es verschwenkt auf die rechte Seite und dann wieder zurück verschwenkt. Kannst du mir das vor Ort mal zeigen, da unten, wo ihr gerade absperrt oder wo das ist? Kann ich zeigen, ja. Da vorne fängt die Sperrung jetzt an. In einer anderen Fahrtrichtung sieht man es. Da sind diese großen Portale. Ja. Da gibt es entweder Kreuz oder grüner Pfeil oder oranger Pfeil. Da kennt man ja, ne? Das kennt man. Und die lassen wir im Vorfeld erstmal schalten. Also da macht ihr optisch, aber das ist noch nicht wirklich gesperrt. Genau, das ist noch nicht wirklich gesperrt. Sondern man muss dann eben mit diesen Sperrhängern noch die Fahrbahn dann direkt zumachen. Können wir uns das angucken vor Ort? Können wir unten noch mal vorgehen? Ja, komm, machen wir. Meinst du, die haben uns gleich lieb oder meinst du, die hupen? Wenn die uns sehen. Das könnte sein, dass die auch anfangen zu hupen. Bist du schon mal mit was beworfen worden? Ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Die haben dich mit Cola-Dosen beworfen. Ja, richtig, ja. Ne. Ne. Das war keine Leere. Das war eine volle. Unglaublich. So, also hier sieht man es jetzt so ein bisschen. Die stehen ja versetzt. Ja. Und so fahren wir praktisch die Sperre auch an. Man wird dann immer langsamer mit den zwei Sperrhängern versetzt und bleibt dann irgendwann stehen. So, und dann ist das Problem, da muss man relativ schnell reagieren. Man steigt dann aus und muss dann, genau, man muss dann möglichst schnell die ganzen Leitkegel setzen. Ja. Das ist, naja, teilweise lebensgefährlich. Man hat zwar den Verkehr schon runtergebremst, ja, und eigentlich wissen die, dass die da nicht mehr vorbei dürfen, aber sie machen es halt trotzdem. Wie wird die Markierung hier verklebt? Im Prinzip selbstklebend. Also wir machen einen Primer drunter. Das ist aber kein Kleber, sondern das ist wirklich nur, um sozusagen die Poren zu schließen. Ja. Dann geht der Verleger auf der Vormarkierung hinterher. Der Kleber ist aufgebracht schon auf der Folie und reagiert eigentlich durch Druck. Da so ein bisschen wie Tesaroller mit Rädern dran. So, das ist jetzt hier die Markierung. Ganz frisch. Ist das reflektierend? Das ist reflektierend. Ja. Hat echt Grip, oder? Das ist jetzt eigentlich die hochwertigste Folie, die es gibt im Prinzip. Kostet da so einen Meter von? Vier Euro. Wir haben wie viel Meter? Insgesamt haben wir fast 6000 Meter, legen wir jetzt in den zwei Nächten, ja. 6000 Meter, das heißt, ihr habt mal für Klebeband rund 25.000 Euro. Krass. Steffen, what's next? Unsere Kollegen mit dem Steiger. Die sind ja noch beschäftigt mit diesen Auskreuzvorrichtungen von den Spuren. Da oben haben sie schon eine. Ach so, die decken jetzt quasi die regulären Schilder ab, dass es da nicht zu Irritationen führt. Richtig, richtig, richtig. So, liebe Leute, jetzt bin ich hier auf dem Corpus Delicti quasi der ganzen Angelegenheit hier, der Rudolf-Vicelt-Brücke. Das ist übrigens die längste Straßenbrücke in Berlin mit 933 Meter. Und jemand, der sich aber mit dem ganzen Projekt viel besser auskennt als ich, das ist der Wolfgang Pilz, der ist von der Degis. Was ist Ihr Job hier? Was machen Sie? Wir von der Degis sind vom Land Berlin beauftragt mit der Fahrbahnsanierung dieser Brücke und später auch mit dem Neubau. Wie alt ist die Brücke hier? Die Rudolf-Vicelt-Brücke ist in den Jahren 1958 bis 1961 errichtet worden und nach meinem Kenntnisstand 62 dem Verkehr übergeben worden. Was wird jetzt hier genau gemacht? Also ich gucke mir jetzt diese Brücke an, die Fahrbahn, das sieht doch eigentlich für meinen Begriff jetzt erstmal noch ganz ordentlich aus. Ich sehe keine Schlaglöcher, es ist jetzt keine großen Spurrinnen. Das hat den Grund, dass wir diese Fahrbahnseite bereits im vergangenen Jahr, also im Jahre 2017, einmal komplett saniert haben. Wenn wir die Blicke schweifen lassen auf die andere Seite, dann würden wir einen großen Flickenteppich erkennen im Asphalt. Was ist der zeitliche Rahmen? Rund sieben Wochen wollen wir maximal benötigen, um die südliche Fahrbahn auch in zwei Bauphasen entsprechend zu sanieren. Was ist denn für Sie wichtig, wenn man jetzt mit Leuten wie Zeppelin Rental hier arbeitet, Verkehrssicherung, was sind Ihre Anforderungen, was muss einfach passen? Zuverlässigkeit. Und das heißt halt, der Verkehr muss fließen, möglichst immer. Und wenn dann hier eine neue Brücke kommt, wo wird die langgeführt? Hier zum Beispiel dann? Der Planungsansatz geht halt davon aus, dass eine zweite Brücke, eine erste Brückenhälfte neu sozusagen, neben der bestehenden Rudolf-Hiesell-Brücke errichtet wird. Und wenn diese Brücke fertiggestellt wird, wird dann der Verkehr umgeleitet und dann wird die zweite Brücke etwa in der Trasse errichtet, auf der wir hier stehen. 23 Uhr. Jetzt wird hier gerade diese Trennwand gebaut. Die Jungs machen mir den Eindruck, dass sie richtig Gas geben, richtig Tempo machen. Ja. Es geht wahnsinnig schnell. Die schaffen also fünf bis acht Kilometer in der Nacht. Ein solches Element ist wie lang? Das hat jetzt zwölf Meter. Je nachdem, welche Sorte das ist, aber so zwei Tonnen haben die schon, ja. Die haben einen kleinen Akkuschlagschrauber und dann fixieren die das immer. Das geht ratzfatz. Eingespieltes Team. Da weiß jeder, was das zu tun hat. Hier gibt es noch eine Notöffnung. Das ist dieses Teil hier. Da kann man praktisch aufklappen, falls Feuerwehr durch will und so weiter. Wenn die in der Fahrspur nicht reinkommen, dann können die von der anderen Seite rein. Das wird jetzt eingebaut und dann geht das mit dem nächsten LKW weiter. Wie sieht es jetzt aus? Was kommt jetzt noch da? Wir sind ja jetzt wieder am Anfang der Brücke. Genau. Auf der Brücke selber wird jetzt eigentlich nur die Wand gestellt. Das reicht völlig aus. Markieren braucht man nicht, weil die Wand hat die gleiche Funktion wie in den Markierungen. Also du bist entspannt, alles nach Plan gelaufen. Bisher bin ich zufrieden, ja. Cool. Wir machen jetzt auch nochmal ein Päuschen. Dann schaue ich mir das morgen früh an und dann werde ich einer der Ersten sein, der dann eure Streckenführung ausprobiert. Ja, liebe Leute, es ist Montagmorgen und wir fahren jetzt auf der Rudolf-Wiessell-Brücke. Da vorne siehst du genau, was gerade Sache ist. Die Absperrung, das läuft jetzt alles zweispurig. Verkehr läuft auch, kein Stau. Von meiner Seite aus wieder ein super interessanter Jobreport. Ich habe wieder viel gelernt. Und wenn ihr das nächste Mal an so einer Baustelle vorbeikommt, dann tut mir einen Gefallen und habt ein bisschen mehr Verständnis, weil die Jungs geben echt alles. Die geben echt Einsatz dafür, dass ihr dann nach der Baustelle wieder entspannt und staufrei ans Ziel kommt. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt dran. Wir müssen zur nächsten Baustelle und tschüss. Bis zum nächsten Mal.